Simon, alles okay? Er hat auf mich geschossen. Also, was zur Hölle macht ihr hier? Wir waren ein kleines Team von Spezialisten, aber dann gab es einen Zwischenfall und wir mussten fliehen. Etwas weiter östlich liegt eine Ortschaft. Wir könnten nachschauen, ob irgendwo eine Tankstelle ist. Du meintest gestern, es sei vielleicht zu spät. Für was zu spät? Das geht dir nichts an. Das ist unsere Sache. Ach was? Wozu noch Geheimhalten? Wir sollten einen Wirkstoff entwickeln, der die Verbreitung des Virus im Körper aufhält. Was ist? Was hast du gefunden? Dort steht ein Safe. Die Tür steht offen. Jackpot! Das müssen die Geheimakten sein. Oh, scheiße. Laura, siehst du das? Oh mein Gott. Sie werden von Fleischforsern verfolgt. Das sind ja Dutzende. Wir müssen ihnen helfen. Ich habe eine Tür entdeckt und... Jack! Jack, helfe! Lass sie los, du Monster! Hilf mir! Jetzt komm schon. Komm schon! Der Wagen springt dich an. Wir müssen was unternehmen. Der springt schon an. Ich brauche Hilfe! Du helfst mir doch! Du bist ein Überlebender. Sollen wir helfen? Jetzt beruhigt euch mal. Wir können da nicht so einfach rausrennen. Also rennen jetzt irgendwelche Typen mit Maschinengewehren durch die Gegend? Ich fürchte ja. Karin, warte! Karin! Warte auf uns! Du kannst da nicht alleine raus! Karin! Wir müssen sie aufhalten! Scheiße! Karin, bleib hier! Karin! 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 Episode 2 Projekt Lazarus Untertitelung des ZDF, 2020